Ich habe hart daran gearbeitet, damit wir uns besser unterhalten können. Und jetzt kann ich dir alles über deine Vorfahren erzählen und dir jedes Familienfoto zeigen. Nächstes Mal zeige ich dir die wundervollen Shanghai und bringe dir die traditionelle Lieder der Changs bei. Die Changs haben traditionelle Lieder? The Band ist wirklich beeindruckend, Vater. Hattest du schon mal Zeit, dir Shanghai richtig anzusehen? Ja, aber natürlich. Dann kannst du mir doch bestimmt ein paar Orte zeigen. Es wäre schön, sie mit dir zu sehen. Ich... ich denke schon. Aber bevor wir das tun, muss ich noch was für die Eröffnung morgen Abend vorbereiten. Dann bleibe ich wohl im Hotel und warte auf dich. Nein, weißt du was? Nutze den schönen Tag und geh etwas spazieren. Ich komme dann am frühen Nachmittag dazu. Also dein Ur-Ur-Ur-Großvater hat Kostüme für die Darsteller der Beijing-Oper entworfen. Marinette! Marinette! Es ist Marinette! Ja, weißt du, ich freue mich dir endlich mal...